Herzlich willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits wissen, dass man die Anzahl der Möglichkeiten, um aus vier Personen eine Gruppe von zwei Personen auszuwählen, mit 4 mal 3 durch 2 berechnen kann. Das Ziel für dieses Video ist, dass wir die Anzahl der Möglichkeiten, um aus acht Personen eine Gruppe von drei Personen auszuwählen, auf eine ähnliche Art und Weise berechnen können. Also gut, wir kennen Lukas schon aus dem vorigen Video und jetzt möchte er seine Methode korrigieren. Lukas überlegt sich, wie oft er mit seiner Methode die gleiche Gruppe von drei Personen abzählt. Hier der erste Arbeitsauftrag. Liest ihr den Text gut durch, fülle die Lücken im Text und korrigiere damit Lukas' Methode. Ich nehme dir dafür ein paar Minuten Zeit, pausiere kurz das Video und wir sprechen dann noch darüber. Also gut, zu welchem Schluss kommt Lukas? Ich habe 8 mal 7 mal 6, also 336 Möglichkeiten, um nacheinander drei Personen auszuwählen. Jede Gruppe, zum Beispiel Arabella, Bernhard und Carina, kann ich aber auf 3 faktorielle oder 6 verschiedene Arten auswählen. Das erkennt man einerseits hier an dieser Grafik sehr schön, wo alle diese Möglichkeiten durchgespielt werden. Oder man stellt sich einfach vor, dass die Personen, die ausgewählt werden, dann direkt in einer Reihe nebeneinander aufgestellt werden, in der Reihenfolge, in der sie ausgewählt werden. Dann können wir uns einfach wieder überlegen, ja okay, wie viele verschiedene Reihenfolgen gibt es dafür? Drei faktorielle. Tatsächlich gibt es also insgesamt wie viele Möglichkeiten, um aus 8 Personen eine Gruppe von 3 Personen auszuwählen? Naja, dieselbe Gruppe kommt bei diesen 336 Möglichkeiten 6 mal vor. Das gilt für alle anderen Gruppen auch. Das bedeutet, wir können wieder dieselbe Korrekturstrategie anwenden und uns einfach überlegen, Na gut, 336 Möglichkeiten insgesamt. Jede mögliche Gruppe kommt dabei 6 mal vor. Also gibt es 336 durch 6, also 56 verschiedene Möglichkeiten, um aus 8 Personen eine Gruppe von 3 Personen auszuwählen. Daraus kann man ebenfalls eine recht schöne allgemeine Formel ableiten, und zwar eine allgemeine Formel für n Personen und Gruppengröße k lautet dann n mal n minus 1 mal und so weiter. mal n minus k plus 1. Das sind dann genau k Faktoren, weil wir wählen ja k Leute der Reihe nach aus. Und hier müssen wir wieder berücksichtigen, dann haben wir k Leute ausgewählt, aber wir können wieder dieselbe Gruppe insgesamt auf k! verschiedene Arten auswählen. Das müssen wir noch berücksichtigen und deshalb noch durch k! dividieren. was wir? 振ете die Finger von 4, also in 3. Ich hab vorbei ausgewählt, weil man kann die Finger von 4, also in 3. Ich losere.